Frau Nicola Luise Wanker aus Schleswig-Holstein ist in der 1.7. Feierabend, aber auch für die junge Dame aus Schleswig-Holstein, mit denen es dann kommt, den Kommen so verschneidet. Den Kugel in den Oben ausgedrängt, in den 6.6 Sekunden, den Kugel in den Kugel ausgedrängt, den Kugel in den Kugel ausgedrängt. Ja, oder auch der Spicci aus der Schweiz ist gestartet, hat den Nr. 2 schon abprobiert, hat die Kugel in den Kugel in den Kugel in den Kugel in den Kugel. Papa! Papa! Kugel in den Kugel in den Kugel in den Kugel. Kalle steht so.